Abi 2022, Berufliches Gymnasium, die zweite Vektorgeometrieaufgabe ohne Hilfsmittel. Wir haben zwei Punkte gegeben, A und B, sollen eine Gerade dadurch legen und begründen, dass diese parallel zur x2, x3 Ebene ist, aber nicht in der Ebene liegt. Okay, also dann, ich denke, die Verbindungsgerade aufstellen, das kriegt man hin. Einen der beiden Punkte, der Ortsvektor als Aufpunkt nehmen und dann einfach den Verbindungsvektor bilden. Ortsvektor Endpunkt minus Ortsvektor Startpunkt B minus A, dann habt ihr das. So, und jetzt seht ihr schon mal was, die x1-Koordinate von dem Verbindungsvektor ist 0. Ja, wenn ihr es euch grafisch vorstellt, nehmt euch einfach kurz so ein 3D-Koordinatensystem, dann seht ihr, die ist parallel zur x2, x3-Koordinatenebene. Ja, geht ja dann sozusagen nicht nach vorne, sondern, ähm, ja. Okay, und dann können sie aber doch in der x2, x3-Ebene liegen, liegt sie eben nicht, weil sie ist parallel dazu und der Aufpunkt hat hier eine 2 stehen. Wenn hier eine 0 wäre, dann würde die gerade Teil der x2, x3-Ebene sein, aber hier steht eben eine 2. Der braucht dann 3D-Koordinatensystem und euch das kurz vorstellen, dann ist das ganz einfach. So, ähm, die nächste, bestimmen sie einen Punkt auf g, sodass 2 zu 1 das Verhältnis der Streckenlängen a, p zu b, p ist. Okay, also, ähm, ja, hilft vielleicht auch eine kleine Skizze. Äh, ihr zeichnet einfach, ähm, oder vielleicht ist auch, geht es auch ohne Skizze. Ich denke, so ist logisch, ne, man geht einfach zu a und dann geht man, nimmt man 2 Drittel von dem Verbindungsvektor. Ja, ja, 2 Drittel der Strecke liegt ja zwischen a und p und dann das letzte Drittel zwischen p und b, also so, das ist der Ansatz. Einfach die Werte einsetzen, ähm, oa, das ist der Vektor von hier oben, 2 Drittel, dann kommt ihr auf den Punkt, ja. Okay, 3.3 noch kurz. Wir haben c, ein weiterer Punkt im Raum und m ist ein Punkt auf g. Sollen wir erst mal nachweisen, dass die Vektoren a, b und m, c orthogonal zueinander sind und dann den Abstand von c zur Geraden berechnen. Okay, wenn ihr schon orthogonal lest, dann denkt ihr ja schon an Skalarprodukt, also hier habe ich es nochmal aufgemalt, so ganz grob a, b, irgendein Punkt m, der muss jetzt nicht in der Mitte sein. Hier ist ein Punkt c, sollen wir nachweisen, dass hier ein rechter Winkel ist, ja. Dann nehmt doch einfach mal das Skalarprodukt von a, b mal m, c, a, b mal m, c, ihr werdet eine Null rausbekommen und damit sind die Vektoren orthogonal. So, und jetzt sollen wir auch den Abstand von dem Punkt c zur Geraden berechnen und dann ist es natürlich top, dass die hier orthogonal sind, weil dann, na, wenn das jetzt so schräg wäre, wäre das schwieriger, dann müsste man hier so ein Lot auf die Gerade fällen, aber da wir hier ja schon die Orthogonalität haben, können wir einfach diesen Verbindungsvektor m, c oder c, m die Länge davon nehmen und haben den Abstand. Und jetzt, wir wollen, 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 wir wollen